Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Hatte wieder einen Albtraum letzte Nacht Ich kann nicht sagen, was echt ist und was nicht Ist irgendeiner da draußen, der Ähnliches durchmacht wie ich? Jedes Mal, wenn ich träume, sehe ich andauernd diesen Mann Diese Spuren sind von ihm, oder? Von Freddy Oh mein Gott, du hast ihn auch gesehen? Wer bist du? Du erinnerst dich nicht mehr Da bin ich, da bist du, Dean, Jessie, Chris Ergeistert durch unsere Köpfe, Nancy Wir müssen das aufhalten Und wie? Schlaf nicht ein Ich hab drei Tage nicht mehr geschlafen Uns läuft die Zeit davon Nach 74 Stunden ohne Schlaf fängt man an, in einen plötzlichen Sekundenschlaf zu fallen Das bedeutet, du träumst, aber du weißt es nicht Selbst wenn du wach bist Oh Gott Nein Ich bin's nur Wann hört er damit auf? Was will er von uns? Warum schreist du so? Ich hab dich noch gar nicht geschnitten Ich will aufmachen! Ich werde Ihnen jetzt was verabreichen Davon werden Sie erst klassisch schlafen Nein, nein! Es gibt jetzt einen kleinen Pi Nein!